Kamerade, und ich. Ah, Morgen. Morgen. Machst du mir auch ein Bluswort? Ja. Du hast geschlafen? Ja. Oh Gott, auf. Was hast du da vor? Die Packung wegwerfen. Packung, pass, kommt doch nicht in die Papiertonne. Ich mach's mal nicht so kompliziert. Jetzt weg ist es weg. Wir drehen weiter, bis ich sage, geht nicht mehr. Okay. Wir gehen auf Anfangen. Mach's noch ein bisschen Stimme. Ich versprich's dir jetzt einfach mal an den Satz. Und dann, ähm, machst du kurz um den Porten und fängst den Satz an. Was hast du davor? Für die Packung wegwerfen. Die will ich jetzt dauern. Ich jetzt auch. Ja, aber doch nicht in die Papiertonne. In der Packung ist Rumpfstoff und Aluminium drin. Das mach ich. Weil du zufrieden bist. Es geht aber gar nicht darum, dass ich zufrieden bin, sondern darum, dass genügend Wertstoffe verwertet. Das... Es geht aber gar nicht darum, dass ich zufrieden bin, sondern dass... Kein Problem. Wir fangen einfach mal an. Sollen wir nicht extra einmal komplett durchgehen, oder? Ich muss nur noch mal den Satz sagen. Es geht gar nicht darum, dass ich zufrieden bin, sondern dass so viele Wertstoffe wie möglich wiederverwendet werden. Ja. Passt mal ernsthaft работ, ich weiß euch nicht so schlecht. Das bei mir. Ich freu mich auf solo 덩neigter. Vielen Dank.